gut dann würde ich sagen noch mal herzlich willkommen zum rsb-tutorium ein letztes mal für dieses wintersemester wir haben letzte woche wer dabei war oder sich das angeschaut hat ja schon mal ein bisschen rückblick geschaut auf das erste jahr die erste hälfte ungefähr des semesters heute hätte ich noch mal ein paar themen mitgebracht die so ein bisschen aus der zweiten hälfte sind vielleicht sind die ein bisschen präsenter vielleicht ist das aber auch noch mal etwas was euch so in erinnerung ruft da war ja noch was auch hier gleich am anfang noch mal der disclaimer dazu wir werden nicht alles wiederholen können was irgendwie in den übungsaufgaben über ein ganzes semester verteilt dran war und insgesamt müsst ihr natürlich immer damit rechnen also ich hoffe ich habe mit herrn meda gut genug geklärt was eventuell auch noch alles an stoff drin sein kann was vielleicht auch ein bisschen über die übung hinausgeht häufig gibt es ja doch noch so ein paar verständnisfragen zu themen aus der vorlesung zum beispiel ja ein großes thema was wir hatten war dass wir beispielsweise eine aufgabe bekommen haben zb eine zutrittskontrolle die haben wir nicht gehabt aber die machen wir heute mal eine zutrittskontrolle soll nach folgendem schema agieren bei der kartenprüfung x0 der kartenbesitzer ist mitarbeiter der firma x1 es liegt beim kartenbesitzer kein aktuelles projekt vor an dem gearbeitet wird x2 kartenbesitzer ist externer dienstleister x3 das system ist im wartungsmodus und der zutritt wird erlaubt wenn a der kartenbesitzer mitarbeiter der firma ist oder b der kartenbesitzer externer dienstleister ist und es nicht so ist dass bei ihm kein aktuelles projekt vorliegt der aufbau sollte so ein bisschen bekannt sein wir erinnern uns daran wie wir das hatten mit verschiedenen xx0 x1 x2 x3 was eingänge häufig dargestellt hat in einer aufgabe der art manchmal wird das auch nicht ganz so explizit gesagt in aufgabentexten dazu sondern einfach nur gesagt es gibt irgendwie die vier verschiedene möglichkeiten woran erkennen wir dass es dieser typische aufgaben typ ist naja meist steht dann als aufgabe dazu machen sie eine funktionstabelle bilden sie dnf und knf für irgendwas in dem fall der kartenbesitzer wird durchgelassen und dann machen sie eine schaltung für dnf ungefähr sowas werdet ihr wahrscheinlich dann in der klausur finden etwas anders formuliert das ist so ein ganz klassischer aufgaben typ sollte mich wundern wenn keine aufgabe dazu drankommt aber versprechen kann ich nicht weil ich habe keine ahnung was in der klausur dran ist ich rate genauso wie ihr und das ist mir dann auch ist mir auch lieber so ich will es eigentlich gar nicht wissen so wenn wir das jetzt so vorliegen haben als aufgabe sollen wir also mit einer funktionstabelle starten wie sieht denn so eine funktionstabelle aus was was haben wir dafür spalten dann jetzt in der funktionstabelle was brauchen wir da quasi was was muss da alles rein ich so eine hübsche funktionstabelle aufschreiben soll was was steht da eigentlich oben erst mal drüber für unsere aufgabe hier gibt der meiste linke und rechte seite sowas noch mal zu erinnern was habe ich auf der linken seite von in der funktionstabelle stehen was habe ich auf der rechten seite in der funktionstabelle stehen ganz unabhängig davon dass ich da noch werte dazu schreibe aber erstmal was was habe ich denn da ja x 0 x 1 x 2 x 3 ist klingt vielleicht ein bisschen blöd aber an sich ist das genau der punkt vielleicht war die frage auch zu einfach gestellt oder wirkte zu einfach wir haben im endeffekt die eingänge das sind jetzt eben die von x 0 bis x 3 und wir haben einen ausgang häufig f oder ähnliches bezeichnet und dann müssen wir eben gucken na wir erinnern uns was haben wir gemacht wir haben hier einmal hochgezählt die ganzen variablen belegung ja dass man auf dem schlauch stehen ist ganz okay besser jetzt auf dem schlauch stehen als in der klausur und ich meine manchmal vielleicht stelle ich die frage auch doof kann ja auch mal passieren genau wir haben haben die eingang eingangs variablen und was wir jetzt uns ja eben anschauen müssen ist wir müssen für jegliche eingangs variablen schauen was dafür ein ergebnis rauskommt ich kurz mal kurz ein bisschen ab im endeffekt zählen wir ja hoch bei den eingangs variablen also wir würden anfangen mit 0 das würde bedeuten dass alle werte 0 sind ich habe jetzt mal die führenden 0 hier weggelassen dass wir besser sehen können wie wir hochzählen 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 und so weiter bis zu 111 dadurch haben wir alle variablen belegung einmal sicher abgedeckt also alle fälle die irgendwie auftreten können an kombinationen für die eingänge so jetzt kann man natürlich jede zeile einzeln durchgehen um zu gucken was dafür ein ergebnis rauskommen muss und was ich dann als ausgang eintragen das kann man machen kostet aber sehr viel zeit was ist also sehr viel effizienter effizienter ist es zu gucken wo ich relativ schnell sagen kann in welchen zeilen ich entweder eine 1 oder 0 sehr sehr genau schon weiß dass sie da stehen muss eine idee vielleicht wo ich sehr sehr schnell sagen kann wenn ich das also wenn irgendeines der x diesen wert hat dann muss f auf jeden fall den wert haben ohne dass ich ganz ins detail mal gucken muss es gibt hier eine sache die man relativ schnell erkennen kann genau bei x0 also wir haben ja den fall der kartenbesitzer ist mitarbeiter der firma dann sollte zutritt erlaubt werden und das verbindet sich hinter dem eingang x0 das heißt ich kann erstmal gucken überall wo x01 ist wird der zutritt erlaubt das ist ja das was ich herausfinden soll kartenbesitzer wird durchgelassen und netterweise ist das immer jede zweite zeile das heißt jede zweite zeile trage ich einfach schon mal direkt die 1 ein und brauche mich gar nicht darum kümmern was mit den rest der variablen belegung an der stelle ist und jetzt gibt es natürlich noch einen zweiten fall der hier beschrieben ist der karten besitzer ist externer dienstleister und es ist nicht so dass bei ihm kein aktuelles projekt vorliegt bisschen um die ecke formuliert aber im endeffekt heißt es ja dass es entsprechend dem ich den 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 x formuliert aber im endeffekt heißt das ja per se okay ein externer dienstleister darf natürlich nur dann rein wenn er gerade ein aktuelles projekt halt auch bearbeitet welche exe muss ich mir denn dafür angucken was was brauche ich denn dafür der kartenbesitzer ist externer dienstleister und es ist nicht so dass bei ihm kein aktuelles projekt vorliegt ich brauche mir jetzt ja sowieso nur jede zweite zeile angucken also die erste dritte und so weiter wo ich noch nichts reingeschrieben habe aber was muss dann vorliegen damit ich am ende eine 1 eintragen darf x2 muss auf jeden fall den wert 1 haben richtig der kartenbesitzer ist externer dienstleister das heißt überall wo x2 nicht den wert 1 hat kann ich im endeffekt auch schon gleich die null hinten schreiben das kann ja schon gar nicht mehr eins werden genau wir haben wir so eine haben wir hier noch eine verknüpfung dass hier zwei sachen vorliegen der kartenbesitzer ist externer dienstleister und es ist nicht so dass bei ihm kein aktuelles projekt vorliegt und natürlich schauen dass an der stelle soll das jetzt auch zusammengehören also es muss gleich beides gleichzeitig gelten das heißt wir gucken x1 hat was mit den aktuellen projekten zu tun es liegt kein aktuelles projekt vor dann ist x1 gleich 1 so wenn kein aktuelles projekt vorliegt soll er ja nicht rein dürfen der 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 externe dienstleister dann brauchen wir ihn ja gar nicht auf dem gelände das heißt wenn x1 den wert 1 hat dann darf er da gar nicht rein wenn es ein externer dienstleister ist bei internen mitarbeitern ist uns das ja egal das heißt wenn wir ein externer dienstleister haben also x2 den wert 1 hat und dann muss x1 den wert 0 haben weil das dann nämlich für uns bedeutet okay der karte der kartenbesitzer ist externer dienstleister und er hat wohl ein aktuelles projekt an dem gearbeitet wird ja das wäre also quasi x1 wäre so ein sperreingang dass man sagt dass der wert wird gesetzt wenn der gerade halt eine sperre kriegen soll also x2 muss 1 sein x1 muss 0 sein dann dürfen wir eine 1 eintragen und ansonsten wird eine 0 eingetragen weil dann haben wir keine fälle die dazu führen dürfen so hier haben wir das x2 1 x1 ist 1 das heißt der sperrvermerk x1 liegt vor gibt uns eine 0 und hier haben wir halt eben x1 x2 ist 1 x1 ist 0 kein sperrvermerk das heißt eine 1 dann darf er rein und damit haben wir dann unsere funktionstabelle gefüllt ohne dass wir jetzt jede zeile einzeln durchgehen das also wirklich versucht es zu beherzigen spart euch eine ganze menge zeit dass ihr guckt wie ihr das möglichst schnell macht achtet auf jeden fall darauf ich hoffe es ist in der klausur sehr präzise formuliert ihr habt hier schon gemerkt es ist manchmal schwer dann zu gucken was gehört jetzt wirklich zusammen an aussagen also wenn sowas in der klausur vorkommen sollte vom typ dann achtet gut darauf wie die formulierung ist und ich hoffe sie ist möglichst eindeutig formuliert aber das ist ja nur der erste teil wir haben eine funktionstabelle der nächste schritt wir sollen dnf und knf machen wie ging das denn noch mal wie wie komme ich denn jetzt zu einer dnf so wie komme ich zu einer dnf genau kv-diagramm das war das das richtige schauen ein kv-diagramm wir brauchen wir gerade ein kv-diagramm vielleicht ein bisschen hübscher oder zumindest lesbar ich blende uns mal eben erstmal den text weg den brauchen wir jetzt gerade erst mal nicht wichtig ist dann die tabelle die wir hier haben und ein kleines kv-diagramm ja das war dieses in der regel vier mal vier fällt wenn wir nur drei eingänge haben dann war es ja zwei mal drei also war nur zwei zeilen aber dafür immer noch zwei mal drei zwei mal vier zwei zeilen vier spalten und natürlich müssen wir gucken wie die entsprechende spalten beschriftung war wir haben hier x3 x2 also das was eine funktionstabelle ganz links steht meistens ist es im rsb-kontext das x mit dem höchsten indice und dann machen wir auch x3 x2 für die spalten bezeichnung und x16 für die zeilen bezeichnung bitte um entschuldigung und x16 für die spalten bezeichnung wir erinnern uns wir fangen an mit 00 für das durchzählen der belegung der variablen dann 0 1 dann 1 1 und 10 also wir zählen nicht einfach binär hoch sondern wir machen das schrittweise durch so dass wir einen einschrittigen code haben wirklich einschrittig um genau zu sein wenn wir uns an letzte woche erinnern und wir wissen ja vielleicht auch oder erinnern uns dass wir links rechts raus links reingehen können und ähnliches so dann die frage macht es einen unterschied wenn man statt x3 x2 x3 x1 einschreiben würde grundsätzlich wirst du auch auf einen an sich korrektes ergebnis kommen wenn du da was anders machst wenn du zu sehr durcheinander würfelst wie du es da dran schreibst wird es aber sehr schwer für die korrekteure nachzuvollziehen dass es ein mehr oder weniger gültiges ergebnis ist deswegen würde ich euch empfehlen euch an die schreibkonvention oder aus aus der vorlesung zu halten aus rsb zu halten weil es sonst passieren könnte dass ein korrekteur übersieht dass ihr an sich immer noch vielleicht da was richtiges raus gemacht habt aber ja dass das sieht dann auf den ersten blick eben anders aus und sieht dann vielleicht falsch aus und dann vielleicht aus versehen punkte abzieht obwohl ihr vielleicht was richtiges gemacht habt gut wenn wir unser kv-diagramm haben beschriftet haben und so weiter und so fort dann war das ja dass wir das ganze übertragen und jetzt aber mal testweise nur um zu gucken ob das gerade noch sitzt wenn ich jetzt beispielsweise diese zelle ausfüllen will zweite zeile dritte spalte welchen wert muss ich da eintragen zweite zeile dritte spalte welcher wert gehört hier genau jetzt rein das eine 0 oder wird es eine 1 sein genau eine 1 ist das denn ich gucke hier habe meine funktionstabelle x3 x2 sind die ersten beiden 0 und 1 also werde ich irgendwo in dem bereich unten frühestens gucken können entweder ist es in den vier zeilen oder es ist in den vier zeilen wenn und x1 x0 haben beide den wert 1 also es ist 0 1 1 1 muss ich einmal runter gehen gucken das ist die zeile hier x2 x1 x0 haben beide haben alle drei den wert 1 und mein ausgang ist das ist 1 das heißt ich würde hier eine 1 eintragen das mache ich dann also mit dem ganzen mit der ganzen funktionstabelle übertragt das alles ins kv-diagramm und sollte dann wenn ich mich nicht versehen sehen habe auf entsprechende diese werte hier kommen und jetzt habe ich es ins kv-diagramm eingetragen damit bin ich aber noch nicht fertig was ist der nächste schritt der jetzt erfolgen würde also habe man meine werte aus der funktionstabelle ins kv-diagramm übertragen und jetzt muss ich schleifen bilden genau dnf bei dnf mache ich welche schleifen warum muss ich schleifen bilden bei der dnf ja 50 50 chance ja 50 50 chance dnf versucht mal irgendwie zu überlegen meistens ist dnf das was wir als erstes gemacht haben wo wir als erstes die schleifen gezogen haben ja das waren die einzelnen die wir dann genommen haben genau das heißt wir würden versuchen einsen zu ziehen und vorschlag wo ich jetzt hier eine schleife um einsen ziehen könnte was wäre eine hübsche schleife die ich jetzt hier machen kann welche zeilen welche spalten die acht einser in der mitte genau die kann ich nehmen also die zweite und die dritte spalte das sind acht zusammen das ist dann auch eine zweier potenz das heißt das darf ich dann auch machen hätte ich jetzt nur sechs einsen gehabt am stück weil hier oben beides nullen gewesen wären dann hätte ich das ja nicht machen dürfen also denkt daran dass immer nur zweier potenzen eingekreist werden dürfen und gleichzeitig aber trotzdem versucht werden soll ja möglichst große schleifen zu bilden wenn ich jetzt versuche dafür was rauszuschreiben also eine formelhafte beschreibung des ganzen wie würde ich die schleife beschreiben ja genau im endeffekt relativ einfach da ja auch alles, wo beide Variablen Belegungen drin sind, wegfällt. Also das, wo sowohl 0 als auch 1 drin ist, fallen hier sehr viele Variablen weg, die ich für die Schleife betrachten muss. Also x3 ist sowohl mit der Belegung 0 als auch 1 dabei, brauche ich nicht betrachten. x2 ist mit der Belegung 0 als auch 1 dabei, brauche ich nicht betrachten. Und hier oben 0 und 1 bei x1, beides drin. Und das Einzige, was für die Schleife aussagekräftig ist, ist, dass bei x0 jeweils hier immer eine 1 steht. Das heißt, die rote Schleife wird einfach mit x0 beschrieben. Jetzt habe ich aber da noch ein paar mehr Einsen drin. Welche Einsen kann ich auch noch einkreisen? Was wäre jetzt die nächste Schleife, die ich vielleicht sinnvoll hier bilden kann? Die 2.1 sind ganz links. Ja, genau. Die will man hier vielleicht irgendwie auch einkreisen. Das ist aber nicht ganz das Optimalste, oder? Immer daran denken, dass ich Einsen auch wiederverwenden darf, um eine möglichst große Schleife zu machen. Genau. Deswegen nehme ich die 2 rechts daneben noch mit dazu. Habe dann 4 da drin. Habe eine 4er Schleife, wieder 2er Potenz. Das ist erlaubt. Das ist gut. Die rechts, die beiden Einsen, dürfte ich jetzt nicht dazu tun, weil das wären dann 6 da drin. Okay. Und wie würde hier jetzt die Bezeichnungen für die Schleife lauten? Welche x wären das an der Stelle? Wir können wieder gucken, wo haben wir 0 und 1 drin? Aber wir werden ein bisschen mehr brauchen als eben. Ja, genau. Wir haben x2 drin. Und wir haben x1 negiert da drin. Richtig. Also x3 fällt weg wegen 0 und 1. x2 ist mit 1. Und hier x1 ist 0, also ist negiert. Und x0 ist mit 0 und 1 und fällt weg. Und wir erinnern uns noch, disjunktive Normalform war das ja für DNF. Disjunkt, also weiter auseinander. Das heißt, die Terme der Schleifen sind auf der obersten Ebene bei viel, viel lose verbunden. Das heißt, wir setzen ein oder dazwischen. Auf der obersten Ebene mit oder die Schleifen verknüpft und in den Schleifen das Ganze mit und. Ihr erinnert euch daran, das implizite und hier habe ich quasi weggelassen, also x2 und nicht x1, um das ein bisschen übersichtlicher zu gestalten vom Schreiben. Okay, das heißt, ich habe eine DNF. Das ist erstmal schon mal gut. Ich sollte aber in der Aufgabe auch noch eine KNF machen. Was ist jetzt der Unterschied von der KNF zur DNF? Genau, wir nehmen die Nullen und das heißt, dass unsere Schleifen natürlich gleich ein bisschen anders aussehen. Schauen wir mal, was haben wir hier an Nullen? Wir haben hier rechts so eine richtig schöne Spalte, die wir nehmen können. Da sind Nullen. Dann haben wir noch zwei einzelne Nullen, oben links, unten links. Und hier ist es nochmal wichtig, sich eben daran zu erinnern, dass wir auch über die Ränder hinaus verbinden dürfen. Und wenn wir links rausgehen, wir rechts reinkommen und wenn wir oben rausgehen, wir unten reinkommen und jeweils umgekehrt. Und auf die Art und Weise und mit Mitverwendung von schon hier verwendeten Nullen können wir quasi nur die Ecken nehmen und haben dadurch eine Viererschleife. Auch da nochmal insgesamt jetzt zur Erinnerung bei den Schleifen. Warum machen wir eigentlich so große Schleifen? Wenn wir kleinere Schleifen nehmen, dann müssen wir eben mehr Variablen unter Umständen berücksichtigen. Und statt irgendwie so schöner kleine Sachen mit Termen aus ein oder zwei Variablen zu beschreiben, müssen wir dann vielleicht alle nehmen oder mehrere oder zumindest drei. Deswegen versuchen wir halt immer möglichst groß das Ganze zu machen mit den Schleifen. So, also genau, der eine Unterschied war die Nullen bei der KNF. Dann müssen wir die Terme ja anders verbinden auch. Oder verknüpfen. Konjunktive Normalform ist ja der Name für die KNF. Konjunktiv, also mehr verbunden. Das heißt, wenn wir zwei Terme haben, sind sie in dem Fall dann mit einem UND verbunden. Zwei Schleifen, wenn wir wohl zwei Terme haben. Was müssen wir noch berücksichtigen bei der KNF, wenn wir jetzt die Terme ablesen? Können sie jetzt nicht ganz so einfach ablesen wie eben, denn eine Sache müssen wir berücksichtigen. Da noch eine Erinnerung dran? Die Terme, genau, die müssen nochmal negiert werden. Sehr gut. Gut. Also, das heißt, wir, schauen mal, wir hatten hier die Spalte, das Rote, und hier x3, x2, alles drin. Das ist uns egal. Wir brauchen also nur hier x1, 1 und x0, 0 berücksichtigen. Bei der DNF würden wir das auch entsprechend einfach so aufschreiben. Aber wir sind bei der KNF und wir haben hier ja nicht Einsen eingekreist, sondern Nullen. Und deswegen müssen wir es einmal nochmal negieren. Das heißt, x1 ist 1, negiert ist also 0. Das heißt, nicht x1. Außerdem habe ich x0 mit 0, muss ich einmal negieren, dann wird wieder wahr, also x0 als nicht negiert ist. Und wenn ich jetzt auf der obersten Ebene zwischen den Schleifterm das und habe, dann habe ich das Gegenteil ja bei den Termen innerhalb meiner Schleife oder innerhalb meiner Schleife. Das heißt, ich habe hier das oder drin. Die rote Schleife ist also nicht x1 oder x0. Für die blaue Schleife gilt es dann äquivalent. Wir müssen mal schauen. x3 ist hier nicht relevant. 0 und 1. x2 hat den Wert 0. negiert bedeutet also, dass wir x2 haben. So, was haben wir mit x1? x1 ist mit 0 und 1, fällt weg. x0 hat den Wert 0 negiert. Also direkt x0 und x negiert ist. Und damit haben wir dann auch die KNF, die konjunktive Normalform. In manchen Aufgaben seid ihr damit dann auch schon fertig. Manchmal heißt es auch, mach da noch eine Read-Maler-Form raus oder sowas. Ich habe auch schon manchmal in Klausuren gesehen. Die Read-Maler-Form hatten wir letzte Woche noch mal ganz kurz, wie das aussah und wie wir das dann gegebenenfalls umformen würden. Hier haben wir jetzt den Punkt, wir sollen eine Schaltung daraus noch bauen. Ja, dann müssen wir vielleicht gucken, welche Bestandteile wir in dieser Schaltung haben. Und was da eigentlich zugehört. Noch mal kurz irgendwie hier Platz wieder. Und was da eigentlich zugehört. Jetzt noch mal ein bisschen Platz. Also, eine Schaltung soll rausgebaut werden. Ja, wir haben einige Sachen in der Schaltung, die eigentlich ja immer dabei sind. Sowas wie Eingänge, Ausgänge. Damit kann man immer ganz gut anfangen. Und dann muss man natürlich auch aufpassen, dass man immer noch genug Platz hat. Gerade wenn es vielleicht eine längere Schaltung ist, die dann ein bisschen mehr Platz nach rechts braucht. So, ähnlich wie wir das aus Hades kennen. Wir haben hier unsere Eingänge, die diversen Flaggen quasi. Muss ich sagen mal Flaggen, das sieht immer ein bisschen aus wie Flaggen. Jetzt ist es ja so, dass wir an der Stelle in unserer DNF, wenn wir sie genau angucken, eigentlich ja nur noch drei Variablen haben und benutzen. Das heißt, wir könnten jetzt theoretisch sagen, wir lassen die vierte weg. Ich persönlich würde sie immer reinschreiben und dann halt eben nicht weiter verbinden. Motto, okay, ich habe gesehen, die ist da, aber wir brauchen sie nicht. Oder zumindest, und oder einen Satz dazu schreiben, beschreibend, x3 wird hier nicht benötigt, weil nicht Teil der DNF. Dann nicht vergessen, unseren Eingängen Namen zu geben. x0, x1, x2, x3. Und ja, was wissen wir jetzt, was würden wir jetzt für ein Symbol benutzen können, um was zu verbinden oder was zu tun? Was würde ich denn jetzt in die Schaltung hier jetzt reinzeichnen? irgendwas negieren ja aber ich glaube nicht nicht x 0 6 1 genau wir sehen hier wir brauchen ein eine negierte form von x1 das können wir ja mit dem inverter machen dieses dreieck mit dem punkt drauf dadurch haben wir dann die die invertierung des ganzen was können wir noch machen oder was können wir jetzt machen okay genau wir können ein und gatter machen das und gatter war ja ein bisschen dieser halbkreis und da brauchen wir einmal das x2 und das negierte x1 das negierte x1 haben wir hier gut und vielleicht nicht kreuz und krumm die linien malen sondern schon eher noch ein bisschen rechtwinklig arbeiten damit haben wir den blauen party abgehakt das ergebnis dessen kommt ja aus unserem und hier wieder raus was würden wir jetzt noch machen als nächsten schritt ja einen ohrgatter brauchen wir und zwar zum einen natürlich den ausgang und das ganze verknüpfen wir mit dem x0 hier oben nicht vergessen das ganze in einen ausgang reinzubringen da gegebenenfalls auch noch mal darauf achten wie in der aufgaben beschreibung der ob der ausgang ob der irgendwie einen bestimmten namen hat ansonsten ist das ja auch abhängig von dem was wir in unserer unserer wahrheits tabelle haben wir hatten da vorhin f gesagt dann ist es auch wenn der y steht dann muss natürlich y heißen sollte der ausgang z heißen dann ist halt z der ausgang hier natürlich das lämmchen noch wie wir es aus hartes kennen also x3 würde dann hier rumstehen nichts machen noch mal zur erinnerung achtet darauf wenn ihr schaltung macht dass es ein unterschied ist ob ich einfach nur kreuze und damit hier keine verbindung habe zwischen zwei leitungen oder ob ich noch mal einen kreis drauf mal und damit eine explizite verbindung habe zwischen dem ganzen manchmal ist es jetzt auch nicht unbedingt eine ganze kreuzung sondern es einfach nur sich hier klar mache ich trenne das ganze auch macht es ein wenig deutlicher solltet ihr eventuell eine schaltung interpretieren müssen das haben wir mal in den übungen gemacht wird es wahrscheinlich ähnlich aussehen für den fall dass das mal vorkommt auch noch die erinnerung dass es auch diese möglichkeit gibt mit einem bogen über eine andere über eine verbindung und daneben das bedeuten würde dass hier keine dass das die beiden leitung nicht verbunden sind genau damit haben wir es dann schon ihr seht jetzt haben wir ja auch schon eine ganze beile mit rein zeit reingebracht das ist aber so wirklich klassischer aufgabentyp den ich fast immer irgendwie in klausuren gesehen habe von der art her mal ein bisschen anders anders gestellt irgendwie oder vielleicht mal auch nicht ohne schaltung oder dass wir es irgendwie anders ableiten dass man in der schaltung anfangen dann irgendwie eine kv-leere machen genau easy points ja aber ich reite da so ein bisschen drauf rum weil warum ja seid einfach gut darauf vorbereitet auf sowas weil wenn dann das kommt dass ihr das einmal schnell also schnell sauber natürlich trotzdem auch runter machen könnt und damit habt ihr dann einfach paar save points die herausforderung steckt tatsächlich häufig da drin welche zur neue zurückgehe den ja die aufgaben beschreibung ganz zu verstehen weil bei welchen fällen ist bei welchen fällen ist halt welche eingang 1 und welche ausgang 0 gut im zusammenhang mit kv diagrammen aber manchmal auch getrennt davon haben wir auch noch was anderes was wir häufiger vorfinden nämlich zustandsdiagramme die können wir halt eben mit und ohne kv diagramme betrachten hier hätten wir jetzt mal ein zustandsdiagramm wir haben hier ein zustand ein z zustand z 0 mit der kodierung 0 0 wir haben einen übergang von z 0 nach z 0 und ein übergang von z 0 nach ist hier gerade mal ausgespart was da hinten dann noch weitergeht im zustandsdiagramm für den übergang zu sich selber wissen wir hier einmal wir haben hier ein nicht x 1 schrägstrich y 0 gleich 1 y 1 gleich 0 und wir haben x 1 schrägstrich y 0 gleich 1 y 1 gleich 0 erste frage von welchem typ ist dieses zustandsdiagramm das waren die beiden ms von welchem typ ist dieses zustandsdiagramm hier ich habe noch ein bisschen nach also die ms das waren entweder gab es nur oder es gab mili hilft das vielleicht zumindest eine entscheidung bei dem 55 zu treffen haben wir nur oder haben wir mili vorliegen mili ja und das darf ohne ausrufe und fragezeichen gemacht werden das ist nämlich richtig es ist mili und wir versuchen uns noch mal daran zu erinnern was der unterschied ist bei muhr ist der ausgang oder die ausgabe nur vom aktuellen zustand abhängig bei mili ist die ausgabe abhängig vom aktuellen zustand und den eingabewerten die eingabewerte werden häufig bei sowas mit x bezeichnet und finden sich auf jeden fall an den übergängen und wenn wir dann bei bei mili sind dann finden wir an den übergängen nicht nur so was wie x 1 für die eingänge sondern auch die ausgänge y 0 mit dem wert 1 y 1 mit dem wert 0 und es würde mir bei mili also nicht reichen irgendwie zu wissen ich bin im zustand z 0 sondern um meine ausgabe zu wissen muss ich halt auch wissen wie ist mein eingabe wert um dann entsprechend zu sagen okay entweder das bei x 1 bin ich hier und habe dann die ausgabe oder bei nicht x 1 bin ich hier und habe dann die ausgabe so kann ich jedes milli zustandsdiagramm in einem muhr diagramm umwandeln und umgekehrt kann ich jedes muhr diagramm in mili umwandeln ja genau es geht beides es kann nur unter umständen ein wenig komplizierter sein dass es kann sein dass man einfach viel mehr zustände irgendwo sich reinschreiben muss weil es nicht so einfach geht aber grundsätzlich lässt sich beides also lassen die sich ineinander umwandeln und wenn ich jetzt hier raus ein muhr machen will was muss was muss ich dann machen also mit dem was eben besprochen haben wenn ich jetzt aus diesem zustandsdiagramm ein zustandsdiagramm nach muhr machen will was muss ich dann tun sonst helfe ich an die stelle noch mal das was wir eben hatten was wir gesagt haben warum wir nicht bei mili sind nicht beim nur sind sondern bei mili war ja dass wir unsere ausgänge nicht im zustand haben sondern an den übergängen das heißt wenn ich zu nur kommen will mache ich ein zustand und in der regel macht man das eben so dass man die ausgänge dann ja mit zum querstrich teilt manchmal wird es auch nur daran geschrieben aber wenn ihr spätestens wenn ihr so ein querstrich seht dann dann müsst ihr eigentlich das muss bei euch so leuchte angehen ach das wird wahrscheinlich nur sein denn dann schreibe ich da unter so was wie mein ausgang y0 gleich 1 y1 gleich 0 und habe einmal einen übergang zu mir selber mit nicht x1 und ein übergang woanders hin mit x1 und dann würde ich nämlich schauen ich habe meinen zustand ich habe wenn ich hier diesen übergang nehmen bei nicht x1 komme ich in den zustand z0 und würde hier meinen bei dem nicht x1 würde hier dann meine ausgabe werte haben jetzt könnte ich sein dass ich irgendwo anders hinkomme wo ich dann hier die ausgabe werte y0 gleich 1 und y1 gleich 0 habe bisschen muss man aufpassen dass man das trotzdem noch äquivalent hinkriegt aber grob ist das eben ja der weg den wir tun und wie gesagt manchmal kann es auch sein dass ihr dann bei der umwandlung zwischen den beiden sollte es jedenfalls sein dass ihr es tun muss dass ihr dann auch mehr zustände euch dann hinzufügen muss das dann plötzlich ist mehr sind dann passt natürlich die zustands codierung und benennung nicht mehr hundertprozentig dann muss man das ein bisschen nachziehen was wie z 0,1 z 0,2 um das bisschen aufzusplitten gut aber jetzt haben wir hier einmal nach 1 1 was mili ist 1 was nur ist dass ihr das zumindest grob erkennen solltet und wenn in der aufgabe eventuell eben gefragt wird macht ein zustandsdiagramm nach mili naja dann an den übergängen die ausgänge macht ein zustandsdiagramm nach muhr na da muss das irgendwie in die zustände rein im zusammenhang mit zustandsdiagramm hatten wir auch manchmal die frage die frage aber werden die frage nach delta und lambda funktion vielleicht ist das ja noch im kopf geblieben sonst wiederholen wir das also wenn ich jetzt die delta funktion erstellen soll was ist die delta funktion im gegensatz zur lambda funktion oder vielleicht sonst einfacher gefragt wenn ich ne dazu eine eine funktionstabelle aufstellen würde wie sehen dann mein spaltenköpfe aus was geht dann links und rechts jeweils in meine zustandstabelle rein da noch eine erinnerung dran oder ist das ist das so ein bisschen verschwunden wie gesagt wir hatten es bisher nur relativ kurz glaube ich in den übungen ok und hatten wir es nur kurz in den übungen ich bin gerade tatsächlich unsicher also wir gucken es uns auf jeden fall an es ist ja ein teil des ganzen zu den zustandsdiagramm ähm delta also es gibt die übergangsfunktion von der manchmal gesprochen wird und es gibt die ausgangsfunktion von der manchmal gesprochen wird die übergangsfunktion soll ja beschreiben wenn wir in einem zustand sind und wir gehen weiter was ist dann mein folgezustand und wenn wir jetzt mal überlegen delta delta kennt man ja manchmal auch als abweichung oder als vielleicht auch so tatsächlich so ein übergang oder so zwischen zwei dingen ähm so kann man sich vielleicht überlegen dass delta halt die übergangsfunktion ist vielleicht hilft das ein bisschen als tipp was wir eben brauchen ist also die zustandscodierung klein z1 klein z0 und wir brauchen unsere eingaben bewährte in dem fall haben wir hier nur x1 mehr haben wir hier gar nicht wenn wir mehr eingabe variablen haben bräuchten wir mehr denn wir müssen ja wissen in welche richtung ich von meinem zustand weiterlaufe also um zu wissen was ist mein folgezustand wenn ich beispielsweise in z0 hier bin oder in z0 hier unten muss ich ja wissen was ist mein eingabewert damit ich weiß welchen von den übergängen wähle ich also z1 z0 x1 in dem fall hier und auf der ausgabeseite oder ergebnisseite ist dann die angabe was ist dann mein folgezustand und wie beschreibt man den folgezustand ganz konkret auch wieder durch die zustandscodierung also ein z1 z0 und um eindeutig zu machen dass es jetzt nicht der aktuelle zustand ist sondern der folgezustand wird hier noch ein plus ergänzt z1 plus z0 plus das heißt die übergangsfunktion delta zeigt mir geht dann darum wie ich aus dem aktuellen zustand mit dem aktuellen eingang dann raus bekomme wie mein folgezustand ist wenn ich da jetzt wirklich eine funktion auch noch rausziehen will dann würde ich für jeden einzelnen ausgang ein kv-diagramm machen minimieren und entsprechend dann ja in der regel dann die dnf daraus bilden das heißt ich hätte hier ein kv-diagramm für z1 plus mit den entsprechenden werten werten hier von links und ein kv-diagramm für z0 plus mit den entsprechenden werten hier von links soweit die delta funktion die übergangsfunktion nachvollziehen können gut das zweite ist die die ausgangsfunktion lambda kleiner tipp wenn man das auf den kopf dreht dann sieht das lambda ja fast aus wie ein y und y ist ja häufig der ausgang für irgendwas was wir in schaltung haben entweder es ist f oder es y daran könnt ihr euch vielleicht merken dass y für die ausgangsfunktion steht lambda für die ausgangsfunktion steht und die ausgangsfunktion sagt mir also wie meine ausgänge aussehen hier muss ich einen unterschied machen ob ich gerade mili oder mur vorliegen habe denn wir wissen ja dass bei mur der ausgang nur vom zustand abhängt und bei mili hängt das zusätzlich auch noch von der eingabe ab das heißt wieder hier wenn ich meine spaltenköpfe machen würde das einmal trennen mili mur also ihr würdet dann natürlich nur eines wählen je nachdem was das für ein zustandsdiagramm ist bei mur muss ich auf der linken seite nur wissen z1 z0 meine zustandscodierung in welchem zustand bin ich und davon kann ich dann sagen ja dann weiß ich auch y1 y0 welche werte das sind bei mili reicht das nicht ich nehme z1 z0 meinen aktuellen zustand aber ich brauche auch meinen eingabe wert x1 und kann daraus dann sagen y1 und y0 das heißt hier taucht an der stelle der unterschied dann auch wieder auf zwischen mili und mur auch hier gilt das gleiche wie oben wenn ich tatsächlich dann eine minimierung raus machen soll muss ich bei den ausgängen jeden ausgang einzeln betrachten und einmal kv-diagramm für y1 machen basierend auf den werten links und einmal 1 für y0 basierend auf den werten links soweit so gut soweit so gut ok gut dann glaube dann können wir das einmal so ein bisschen verlassen die zustandsdiagramme und geht zu anderen arten von diagrammen und zwar jetzt muss ich schauen dass ich das richtig erwische ja hatten wir das ja auch manchmal dass wir eine schaltung haben das heißt manchmal also ich sage mal wir haben eine aufgabe gehabt wo wir auch mal eine schaltung hatten und es wurde dann gesagt so sieht dann der eingabe wert aus das kommt hier rein und wir sollen die impuls das impulsdiagramm vervollständigen wir erinnern uns ganz vorsichtig es gab hier quasi den wert 0 an dem wir anfangen alles vor dem wert wissen wir nicht da ist der wert hier irgendwo entweder 0 oder 1 oder irgendwo gerade in einem undefinierten zustand und wenn wir von impulsdiagramm reden sollen wir in der regel auch davon ausgehen dass schaltgatter eine verzögerung von einer takteinheit haben ja gucken wir uns also das ganze an wir haben a und b als eingänge das erste ist b negiert das heißt das müssen wir erstmal gucken wo ist das negiert eigentlich und stellen fest ach da ist der inverter wie würde denn jetzt hier in meinem ersten takt das aussehen wenn ich da wenn ich jetzt was in das impulsdiagramm eintragen soll was kann ich hier sagen über den wert was muss ich hier eintragen bei oben meinen verlauf von a und b befinde mich an meinem antakt 0 was trage ich ein bei b negiert kann ich was sagen über b negiert noch nicht genau richtig weil durch die taktverzögerung im takt vorher ist b undefiniert und deswegen kann ich auch nicht sagen was b jetzt für einen wert hat und bevor man das ganze immer alles so wild zu punktet kann ich auch einfach ein x reinsetzen oder ich kann es halt auch ausmalen das ganze aber ja genau hier kann ich nichts sagen einen tag später habe ich allerdings ja jetzt die info dass b auf 0 ist ich habe das entsprechende gegenteil das heißt ich bin auf 1 das bleibe ich dann jetzt ein paar takte wenn das jetzt hier quasi das erste feld ist in welchem feld ändert sich jetzt der wert von b negiert wieder und das hier 1 ist das feld 2 in welchem feld ändert sich b negiert nochmal wieder in 5 1 2 3 4 5 ja wir gucken wir sehen dass hier b von 0 nach 1 geht das heißt eigentlich müssen wir auf 0 gehen das machen wir aber mit einem Takt Verzögerung und genau das heißt im fünften Takt ist es dann so dass wir dann wieder auf den Wert 0 gehen oder dass wir überhaupt auf den Wert 0 gehen das ändert sich dann nicht mehr und es bleibt dann hier wie sieht das dann jetzt aus wenn wir unser a und nicht b negiert erstmal gucken welches ist das eigentlich das müsste a und nicht b negiert dieses Schaltsymbol hier sein was passiert hier was darf ich hier jetzt eintragen für das Diagramm ja am Anfang ist nochmal was unbestimmtes da bin ich bin ich d'accord gucken wir aber mal genau hin also a und nicht b negiert ich habe hier im ersten ich weiß ja theoretisch auch nicht was hier eigentlich los ist das heißt ich habe den hier und den hier und das ganze dann nochmal negiert also unbekannt und unbekannt negiert ist irgendwie ja da weiß ich gar nichts drüber wie sieht das jetzt im zweiten Takt aus an der Stelle weiß ich den Wert von a a ist auf 0 und b ist undefiniert und das ganze wird dann negiert hier muss ich einmal aufpassen denn a ist auf jeden Fall 0 0 und undefiniert kann 0 und undefiniert noch den Wert 1 erreichen wenn wir uns das genau angucken 0 und irgendwas 0 und 0 oder 0 und 1 wird nie den Wert 1 erreichen das heißt ich weiß dass hier unter dem unter der Negation aus dem und wird immer eine 0 rauskommen dann negiere ich das ganze das heißt es wird eine 1 rauskommen und das ist und das ist ganz unabhängig oder ist mir da voll egal was eigentlich nicht b gerade für einen Wert hat mal das mal ein bisschen tiefer dass man das hier unterscheiden kann von dem anderen also tatsächlich ist hier der zweite Takt dann schon nicht mehr undefiniert sondern ich kann da direkt eine Aussage treffen Gucken wir nochmal an welche Fälle gab es da eigentlich 0 und unbekannt ja 0 und unbekannt kann hier nie 1 werden insgesamt wird immer 0 bleiben gibt uns den Wert 1 am Ende dann habe ich 1 und unbekannt ja das x kann 0 oder 1 sein 1 und 0 würden 0 ergeben 1 und 1 würde 1 ergeben das heißt an der Stelle wüsste ich es eben nicht und dann gibt es natürlich noch so ein paar einfache Fälle also semi einfache Fälle unbekannt und unbekannt da kann ich halt nichts sagen bleibe bei unbekannt und ansonsten wenn ich eben bei den anderen Fällen mit 0 also 0 und 0 negiert oder 0 und 1 negiert oder 1 und 1 negiert dann habe ich aber auch dann die Werte vorliegen also wenn wir weiter gucken damit ich hier überhaupt auf was anderes kommen kann muss ich hier irgendwie ein bisschen was ändern also im nächsten habe ich A ist 0 nicht B ist 1 dann ist es 0 und 1 negiert also 0 und 1 ist 0 negiert das ganze ist 1 das dann noch einen weiteren Takt und dann hat sich hier das geändert dass A von 0 auf 1 geht das heißt ich habe 1 und 1 ergibt 0 äh negiert Moment jetzt komme ich selber durcheinander nicht B doch 1 und 1 negiert ergibt 1 langsam 1 und 1 ergibt 1 das ganze negiert ergibt 0 so rum deswegen müssen wir hier nämlich runter und dann im nächsten Schritt schauen wir haben 1 und 0 dann also sind wir wieder bei 0 0 negiert ergibt 1 würden nach einem Takt hier wieder hochgehen dann würde sich nichts ändern so müssten wir dann einmal durchschauen und dann haben wir hier nochmal Alpha Alpha besteht hier aus dem da müssen wir mal gucken wir haben einmal den Ausgang von dem was wir eben hatten und außerdem das nicht B das heißt Alpha besteht aus den beiden die wir hier haben ab wann kann ich denn über Alpha eine Aussage treffen also auch hier werde ich natürlich mit oder naja was heißt natürlich sicher wissen wir es ja immer nicht wir müssen mal einzeln gucken aber hier werde ich eben auch mit undefiniert anfangen ab wann ist es denn nicht mehr undefiniert ab wann kann ich über Alpha eine Aussage treffen welcher Wert da steht wenn A Achtung wenn A1 ist da hinten also ja da werden wir auch eine Aussage treffen können aber wir werden vorher schon eine treffen können wir haben Alpha und im Endeffekt müssen wir uns also das ist das Schöne eigentlich wenn wir so Impulsdiagramme machen dann reicht es wenn wir gucken was geht jetzt genau in dieses Schaltgatter rein und da wir hier den Wert aus dem Not nehmen und A selber da nicht mehr in Alpha reingeht brauche ich mich gar nicht mehr darum kümmern was mit A ist sondern ich brauche nur schauen was ist hier mit dem Not mit dem Schaltsymbol was kommt da raus und das zweite ist der Ausgang aus dem Inverter was kommt da raus und was vorher mit A und B ist also die ersten beiden Zeilen natürlich sind die quasi der Einfluss darauf was bei Alpha passiert aber ich brauche um schneller daraus ein Ergebnis zu ziehen brauche ich mir nur hier die dritte und die vierte Zeile angucken weil das eben die entsprechenden Schaltsymbole sind und wenn wir uns das angucken dann sehen wir hier wir haben erstmal im Takt davor haben wir hier zwei undefiniert das heißt da wissen wir nichts drüber das ist der Fall hier und danach haben wir 1 und 1 was dann negiert wird äh nicht 1 und 1 was dann negiert wird also haben wir 1 und 1 1 und 1 ergibt 1 da können wir dann einfach eine Aussage treffen genau achtet immer darauf ob ihr ein ein NAND oder ein AND habt oder sowas das sind natürlich wichtige Unterschiede und aus einem AND damit da eine 1 rauskommt das geht ja nur wenn beide Eingangswerte 1 ist das heißt dann wenn hier eine 1 ist weiß ich dass dann jeweils mit einem Takt Verzögerung hier das Alpha auch 1 hat wenn mindestens eine von diesen beiden Zeilen den Wert 0 hat dann wird auch mein Alpha natürlich mit einem Takt Verzögerung diese 0 anzeigen also ich kann das erstmal ein bisschen durchziehen hier geht es runter hier ist es nicht mehr beides 1 da fällt dann auch mein Alpha runter und hier geht das NAND zwar wieder nach oben auf den Wert 1 aber da nicht B immer noch auf 0 bleibt kann ich da nicht wieder eine 1 aus dem AND rausbekommen und bleibe dann auf 0 und das gleiche mache ich dann hier nochmal bei Beta beziehungsweise Beta ist dann auch direkt schon der Ausgang Y das ist jetzt ja ein OR ein OR und da muss ich dann einmal gucken was geht da rein es geht einmal das A rein und einmal das AND bei Alpha und das heißt eigentlich muss ich nur schauen wenn ich entweder A den Wert 1 habe oder auf dem Wert dem Gatter Alpha den Wert 1 habe dann ist mein Ausgang auch 1 natürlich mit einer Verzögerung wenn beide 1 sind dann natürlich auch führt für mich dazu dass ich aber gucken muss hier oben A und Alpha hier vorne natürlich erstmal wäre das ganze unbekannt ich starte also mit unbekannt dann A ist 0 für drei Takte das heißt frühestens im vierten würde das hier irgendwas geben könnte da wird nichts sein hier ja könnte ja vielleicht eine 1 hinter stecken weiß ich nicht das heißt ich bleibe bei unbekannt hier das Alpha was auf den dritten Takt Auswirkungen hat könnte auch eine 1 sein weiß ich nicht A ist ja auf 0 insofern hängt es nur von Alpha ab gerade ob da eine 1 sein könnte und im dritten Takt äh im vierten Takt habe ich es dann endlich so dass Alpha den Wert 1 hat und ähm zwar A noch den Wert 0 aber da es ein Oder ist darf ich dann bei 1 ansetzen und das sind dann insgesamt drei Takte durch Alpha dass ich das auf 1 hätte dann würde es runter gehen da aber währenddessen in der Zwischenzeit A auf 1 gegangen ist bleibe ich tatsächlich einfach auf 1 bis zum Ende des Ganzen ok soweit mitgekommen an der Stelle ok dann nochmal zur Erinnerung denkt dran dass ihr euch auch nochmal kurz so ein paar Sachen anschaut wir hatten Flipflops ähm wie die aufgebaut waren und die Ledge und insbesondere bei Flipflops gab es ja unterschiedliche Typen ähm wir hatten das Vorderflankengesteuerte manchmal auch mit dem Pfeil nach oben bezeichnet das ist dann ähm wenn wir eine Vorderflanke haben nur aktiv gewesen im Ausgang zum Beispiel das hier wäre eine Vorderflanke wo wir von 0 auf 1 gehen wenn es wenn da jetzt ein Flipflop dran wäre oder dadurch gesteuert würde und es gibt die Rückflankengesteuerten das ist wenn wir von 1 auf 0 gehen zum Beispiel an der Stelle hier und dann gibt es natürlich auch dann die zwei Flankengesteuerten die eben bei Vorderflanke und bei Rückflanke reagieren ähm was ist was wir bei dem Thema Impulsdiagramme auch noch mit drin hatten war etwas das nannte sich Hazards das waren ja bestimmte Impulsverläufe na also wir konnten das haben dass wir so einen Impulsverlauf haben von 0 geht es irgendwie auf 1 und dann wieder auf 0 oder wir starten auf 1 sind kurz auf 0 für einen Takt und gehen dann wieder nach 1 außerdem ähm kann es sein wir starten auf 0 wir gehen für einen Takt auf 1 gehen für einen Takt auf 0 und gehen dann auf 1 oder wir fangen auf 1 an gehen einen Takt auf 0 einen Takt auf 1 und gehen dann zu 0 und bleiben bei 0 und da gab es jetzt verschiedene Bezeichnungen für was ist erstmal die unterschiedliche das unterschiedliche in der Bezeichnung von den linken beiden zu den rechten beiden Herr Satz statisch und dynamisch sehr gut genau links das ist statisch weil wir eigentlich erwarten dass der Ausgang genauso dauerhaft bleibt wie der Eingang ist also nichts umschaltet aber stattdessen schaltet es einfach einmal um um danach dann wieder zurück zu schalten deswegen statisch an der Stelle bei den dynamischen bei den rechten beiden ist es so dass wir eigentlich erwarten dass der Ausgang ähm aus einer einer Schaltung einmal umschaltet also in dem Fall von 0 auf 1 oder von 1 auf 0 ähm das tut er aber nur kurzzeitig schwingt dann einmal kurz zurück zu dem Ausgangs äh zu dem ursprünglichen Ausgangswert um dann erst dahin zu gehen was wirklich der Ausgang bleiben soll deswegen wird das hier dynamisch genannt und so wenn ich mir jetzt die linken die statischen anschaue was ist jetzt der statische 0 und was ist der statische 1 welcher ist der 0 und welcher ist der 1 oben 0 und 1 oben 0 und 1 genau denn wir gucken ähm das was wir am Ausgang erwarten das ist das äh wie wir ihn nennen wir erwarten den Ausgang konsequent statisch dauerhaft 0 das tut er kurz aber nicht also statischer 0 hazard wir erwarten dauerhaft 1 statischer 1 hazard wie ist es auf der rechten Seite bei den dynamischen hazards ja hier haben wir oben den dynamischen 1 hazard und den dynamischen 0 hazard auch hier ist es wieder davon abhängig von dem was wir eigentlich an an Ausgangswert erwarten wir erwarten den dynamischen 1 hazard erreichen den aber nur den dynamischen 1er Ausgang erreichen den aber nur kurzzeitig deswegen ein dynamischer 1 hazard und bei 0 wir erwarten dass der Ausgang auf 0 umschaltet tun das aber nur kurzzeitig bevor wir es wirklich tun deswegen dynamischer 0 hazard okay das scheint ja zu sitzen das ist gut dann würde ich sagen ein thema schaffen wir noch das brauchen wir auch glaube ich nur relativ kurz anreißen das hatten wir noch vor gar nicht allzu langer Zeit aber auch hier solltet ihr vorbereitet sein und zwar die verschiedenen Maschinen die wir hatten die verschiedenen Adressmaschinen ähm die 0 Adressmaschine ne das war der Stack also das war das wo wir quasi die Pizzakartons aufeinander werfen und irgendwie nur den obersten wieder rausnehmen dürfen und da wollen wir ein ein kleines ein sehr sehr kleines Programm schreiben also das jetzt einfach nur um nochmal einmal zu gucken und das hier jetzt einmal zu wiederholen sucht euch für die Übungen ein etwas komplexeres Programm meistens also wenn eine derartige Klausuraufgabe zu den Adressmaschinen dabei war dann war es meistens eher so dass dann ein oder zwei von denen ausgewählt worden sind also keine Ahnung die 0 und die 3 Adress oder die 1 und die 2 Adress oder die 1 und die 3 Adress oder so dass man zwei gegenüber stellt und dafür aber dann die das was man machen soll etwas komplexer war wenn wir das jetzt machen dann würden wir aber die Zeit so ein bisschen sprengen deswegen einmal nur kurz zur Wiederholung wie das Ganze eigentlich aussah und wie die Unterschiede waren wenn wir w gleich c durch b machen sollen wie würde denn das bei der 0 Adressmaschine aussehen was würde ich denn da jetzt machen um mein Programm zu schreiben oder zur Dressmaschine aussehen aber ich kenne das mal jede 1-1-2-2-2-2-2-2-4-0-0-0-0 im Okay, genau, ich muss was auf den Stack packen, um damit überhaupt rechnen zu können. Und ich könnte jetzt mit einem Push C anfangen. Schauen wir mal. Das heißt, auf meinem Stack liegt jetzt gerade ein C rum. Wie würde es dann weitergehen können? Dann würde ich die andere Speicheradresse nehmen. Genau, jetzt muss man so ein bisschen gucken. Ich habe null Adressmaschinen. Das heißt, dass ich tatsächlich, wenn ich hier meine Rechenoperation mache, keine Speicheradresse dazu mit angeben darf. Sondern nur selber sage, ad, sub, null oder div. Ohne Speicheradressen. Speicheradressen darf ich nur bei Push und Pop sagen. Und wenn ich eine Rechenoperation mache, dann wird das gemacht mit den beiden obersten Elementen auf dem Stack. Und zwar wird das oberste, alleroberste Element, der Top-of-Stack, in einen temporären Speicher kurzgesetzt. Dann einmal wird dann entfernt, damit ich einen neuen Top-of-Stack habe. Und das ist das zweite Element. Und das, was ich hier in dem temporären Speicher habe, wird dann addiert, subtrahiert, multipliziert, dividiert. Mit dem, was dann ursprünglich das zweite war und entsprechend dann der neue Top-of-Stack ist. So, jetzt muss ich natürlich gucken. Ja genau, an sich will ich jetzt eine Division machen. Jetzt muss ich einmal genau aufpassen, was jetzt passiert. Und da muss ich nämlich mit der Reihenfolge gucken. Wenn ich jetzt die Division mache, dann wird Temp, bekommt mein Top-of-Stack. Top-of-Stack ist B. Top-of-Stack, Pop, wird rausgeworfen. Und mein neuer Top-of-Stack soll jetzt bestehen aus dem, was ich im Temp habe, B, geteilt durch den aktuellen Top-of-Stack. Das heißt, ich würde B geteilt durch C gerade rausbekommen. Das heißt, da hätte ich jetzt gerade einmal die Reihenfolgen falsch. Die sind in falscher Reihenfolge genau gerade auf dem Stack. Ich brauche es also genau umgekehrt. Ich würde erst Push B, dann Push C machen. Das bedeutet, dass ich erst B raufwerfe auf den Stack, dann C raufwerfe auf den Stack. Dann mache ich das Div. Das bedeutet, Temp bekommt C. C wird rausgeworfen. Und ich habe dann hier meine Berechnung Top-of-Stack gleich Temp C geteilt durch Top-of-Stack. Da ist aktuell das B, C geteilt durch B. Und ich hätte das als Top-of-Stack legen, was ich dann wieder wegspeichern kann. Daran denken, dass ihr am Ende das wegspeichert und guckt, in welche Adresse das soll. In dem Fall hier in W rein. Also bitte bei der Null-Adress-Maschine ganz besonders auf die Reihenfolgen achten. Aber natürlich auch gleich, wenn wir zur Ein-Adress-Maschine kommen, beziehungsweise zwei Adressen noch so ein bisschen. Ja, die Herausforderung bei der Null-Adress-Maschine. Was hatten wir noch für Adress-Maschinen? Beziehungsweise, wenn ich zu schnell bin oder dann nicht mehr nachkommt an der Stelle, dann sonst einmal reinschreien. Wie gesagt, würde ich empfehlen, für die Übung einfach nochmal, für die Klausur nochmal sich ein bisschen größeres Beispiel zu suchen. Und halt sehr genau zu überlegen, wie ist die Reihenfolge. Und ganz ehrlich, sonst macht euch da irgendeinen kleinen Stack da auf irgendwie eine Schmierrückseite oder sowas. Also irgendwas, was halt nicht bewertet wird, in Zweifel. Ist ja nicht verboten. Wenn es hilft, dann schreibt euch den Stack da nebenbei hin und guckt, was da eigentlich passiert. Genau, zwei Adress-Maschine, nee, eine Adress-Maschine wäre das nächste. Die Akkumulator-Maschine, also die Maschine mit genau einem Register, wie es so schön heißt. Hier dürfen wir immer für unsere Operation noch eine Adresse dazu benutzen. Eine Speicher-Adresse. Und dann ist es so, dass ich für eine Berechnung, wir sind ja hier bei der Division, natürlich auch wieder die Reihenfolge berücksichtigen muss. Denn der Akkumulator kriegt einen neuen Wert, das wird also überschrieben, mit dem Wert des Akkumulators plus, also geteilt durch die Speicher-Adresse, die ich angebe. Das heißt, ich muss ersten Wert in den Akkumulator holen für die Ein-Adress-Maschine und dann kann ich das kombinieren mit einer anderen Speicher-Adresse und dadurch eine Berechnung ausführen. Wie würde das denn im Programmtext jetzt aussehen, wenn ich für eine Adress-Maschine einen Programmtext schreibe? Wie gesagt, ich muss gucken, dass ich mir Werte in den Akkumulator hole und dann kann ich mit dem Akkumulator Rechnung ausführen. Lod C, Diff B höre ich. Ja, gucken wir mal. Lod C, Diff B. Ja, genau, Reihenfolge müssen wir mal gucken. Deswegen empfehle ich einfach tatsächlich auch einfach das mal auszutesten. Also, Lod C. Lod C bedeutet, ich schreibe C in meinen Akkumulator und dann mache ich Diff B. Gucken wir mal. Das bedeutet, mein Akkumulator kriegt einen neuen Wert, bestehend aus Akkumulator-Wert, das ist C, geteilt durch die Speicher-Adresse, das ist B. Also, kriegt mein Akkumulator den Wert C, geteilt durch B. Das ist die richtige Reihenfolge. Und das dürfen wir nicht vergessen. Genau, wir müssen es noch abspeichern. Wir storen. Immer darauf achten, was ist in der Aufgabenstellung angegeben? Wohin soll das Ganze gestort werden? In dem Fall das W. Wir hatten das, glaube ich, in der Aufgabe mit Store R, glaube ich. Müsste ich aber nachgucken. Und dann ist aber auch schon das Programm an der Stelle fertig. Wenn es jetzt ein umfangreicheres Programm ist, dann kann es sein, dass ihr eventuell so eine Berechnung durchführt. Dass ihr zwischendurch dann aber nochmal wieder was zweites im Akkumulator berechnen müsst, bevor ihr das Gesamtergebnis berechnen könnt. Und dann könnte es sein, dass ihr dieses C geteilt durch B ganz bewusst auch erstmal in eine Speicher-Adresse zum Zwischenspeichern erstmal wegspeichert und dann das nochmal wieder nachher aufgreift. Was ihr dann also tatsächlich loadStore macht und dann nochmal hier eine Berechnung dahinter. Also ich könnte jetzt zum Beispiel loadA machen. Das würde bedeuten, wenn ich jetzt vorher Store W gemacht habe, dass an mem W, also Speicher-Adresse W, das C geteilt durch B ist. Und weil ich jetzt loadA gemacht habe, ich den Akkumulator überschreibe, den Wert A da drin habe. Und jetzt auch nochmal eine Division machen kann. Diff W beispielsweise. Und dann würde ich A, den Wert des Akkumulators, nehmen durch die Speicher-Adresse, die ich angebe. Und hätte dann hier ein A geteilt durch C geteilt durch B. Ja, das wäre dann jetzt so ein bisschen das Ganze da nochmal aufgebohrt und mit Zwischendurch-Zwischenspeichern. Kann halt sein, dass es nötig ist. Darf man mehrmals Zwischenspeichern? Natürlich. Grundsätzlich ist es erstmal nicht verboten. Es ist immer die Frage, was ist halt das effizienteste Programm? Brauchst du das mehrfach zwischengespeichert? Und wenn du mehrfach zwischenspeicherst, musst du dir natürlich auch überlegen, speicherst du es in die gleiche Speicher-Adresse, weil du vielleicht den alten Wert nicht mehr brauchst? Oder speicherst du es in eine andere, weil du den alten Wert nochmal aufgreifen musst? Also da ist dann halt eben auch zu gucken, dass du keinen Wert überschreibst, den du noch irgendwie brauchen könntest. In der Hausaufgabe, die wir hatten, oder in der Übungsaufgabe, die wir hatten, war es ja dann auch so, dass dann angegeben war, welche Speicher-Adressen für Zwischenspeichern genutzt werden durften. Also das wird dann wahrscheinlich auch sein. Was heißt das mit genau einem Register? Ja, es ist ein bisschen blöd, weil es ist eigentlich, das hat was mit der Funktionsweise der einen Akkumulatormaschine zu tun. Am besten ist es sich an der Stelle dann zu merken, Akkumulatormaschine heißt, ich habe einen Akkumulator, ich kann genau einmal hier in dem Zeug irgendwie die Berechnung machen. Und dementsprechend kann ich halt immer Akkumulator mit Speicheradresse verknüpfen. Aber es ist halt nicht so, dass ich einen Akkumulator 1, einen Akkumulator 2, einen Akkumulator 3 habe. Ich gebe aber recht, die Formulierung, wie sie auch in den Aufgaben steht, oder Übungsaufgaben dann steht, mit genau einem Register ist da ein wenig verwirrend vielleicht. Auch wenn vom Grundsatz her das natürlich erstmal eine korrekte Beschreibung ist. Hilft das ein bisschen, weniger Verwirrung zu haben? Ein bisschen. Okay. Ja, also wichtig ist wirklich bei der Akkumulatormaschine zu merken, dass ich einen Akkumulator habe, auf dem ich rechnen kann und auf dem ein Wert sein kann. Und das ist halt ein Akkumulator. Und das kombiniere ich mit einer Speicheradresse. Dass der Akkumulator halt ein Register ist. Ja, meine Güte. Wir hatten, was hatten wir denn noch? Wir hatten in der Übungsaufgabe, hatten wir das, dass wir Speicher, die Größe des Programms im Speicher ja beschreiben sollten. Da wurde dann ja auch davon abstrahiert, weil wir dann eben sagen, okay, wir haben hier Opcodes, die, glaube ich, 8 Bit hatten. Und wir haben Speicheradressen, die wir nutzen, die, ich weiß gar nicht mehr, was das war, 32 Bit? Ne, weniger. Müsste ich nachgucken. Also wir hatten, wir hatten Opcodes und wir hatten Speicheradressen, die dann genutzt werden würden. Das ist das, was wir für eine Adressmaschine dann brauchen. Was wir noch hatten, war die 2-Adressmaschine. Die benutzt dann nur Speicheroperanten. Also wir haben kein Stack mehr, das war 0 Adress. Wir haben kein Akkumulator mehr. Das war ein Adress. Wir haben 2-Adressmaschine jetzt. 2-Adressmaschine, also nur, wir nutzen Speicheroperanten. Speicheroperanten und das Ergebnis unserer Berechnung wird auch direkt in den ersten angegebenen Speicheroperanten reingeschrieben. Und man könnte kurz gucken, wie könnte denn hier unser Programm dann aussehen, wenn ich hier auch was machen möchte. C geteilt durch B. Wie kann ich jetzt erstmal dieses C durch B mit der 2-Adressmaschine ausführen? Ja, genau. Diff C B. Das sind ja einfach tatsächlich zwei Speicheradressen, die ich angeben darf. Und das sind zwei Speicheradressen. Was passiert dabei an der Stelle? Was muss ich mir bewusst sein, dass ich hier die erste überschreibe? Also das heißt, der Wert, der in Speicheradresse C nach der Division steht, ist das Ergebnis der Division C geteilt durch B. Wenn ich den Originalwert nochmal irgendwie brauchen würde, müsste ich ihn vorher mir irgendwo anders zwischenspeichern. Dafür könnte ich dann das MOV benutzen. Das brauche ich hier jetzt ja auch noch einmal, denn ich habe zwar schon das Ergebnis, aber auch hier muss ich darauf achten, dass das in W am Ende landet. Das heißt, ich muss gucken. Das Erste, was ich angebe, ist das Ziel, wo ich reinschreibe. MOV W, C. Dann schreibe ich das Ergebnis, das was in C gerade drin steht, nämlich das Ergebnis der Division, kopiere ich dann das nochmal nach W. Reihenfolgen, also etwas angenehmer bei der Zwei-Adress-Maschine, aber worauf hier eben zu achten ist, ist, dass ihr euch gegebenenfalls die erste Speicheradresse überschreibt, den Wert, den ihr da drin habt. Das ist da das, worauf ihr bei der Zwei-Adress-Maschine achten müsst. In Bezug auf Programmgröße, wenn wir uns das angucken würden, wir haben einen Opcode, wir haben zwei Speicheradressen. Das gilt für alle Befehle, die wir hier haben und das müsste dann zusammengezählt werden. Was fehlt uns noch? Die Drei-Adress-Maschine natürlich, die dann auch wirklich sich auch Register-Maschine schimpft, wo wir dann auch wirklich auf Registern rechnen und zwar auf vielen Registern oder potenziell vielen. Außerdem wird das Ganze als Load-Store-Architektur bezeichnet, denn wir können nur auf Registern rechnen. Wir können nicht einfach irgendwo ein Register verquicken mit irgendwas, was in einer Speicheradresse steht, sondern wir müssen dafür sorgen, alles, wo wir Berechnung durchführen wollen, das müssen wir uns erst in ein Register laden und dann können wir das mit einem anderen Wert aus dem anderen Register irgendwie berechnen. Wie würde denn dann mein Programm hier anfangen bei der Drei-Adress-Maschine? Was könnte ich da zum Beispiel tun? Ja, Load-XC. Genau, ich lade mir in das Register X den Wert von C und Load-YB. Ich lade mir in das Register Y den Wert von der Speicheradresse B. Und der nächste Schritt sollte jetzt wahrscheinlich dann nicht mehr so schwer sein. Wie würde mein Programm weitergehen? Also, ich lade mir in das Register. Register, x, x hat c, mein Register y, y hat den Wert von b, theoretisch habe ich nochmal ein Register z, z ist gerade leer. Jetzt mache ich die Division und für die Division, da rechne ich auf Registern und habe dafür drei Register, die ich angebe. Das erste Register, was ich angebe, ist das c-Register, wo ich es reinschreibe. Da kann ich jetzt z nehmen, das stimmt. Dann das zweite ist das, was über dem Bruchstrich ist, das x, ja, das soll unser c ja sein, richtig. Und dann das dritte, wodurch ich teile, also das y und dann wäre ich bei div zxy. Die Art und Weise würde ich c geteilt durch b in meinen Register reinkriegen und hätte tatsächlich die Originalwerte von c und b auch noch in zwei Registern, falls ich nochmal irgendwas weiteres damit machen würde. Könnte natürlich, wenn das mir jetzt nicht so wichtig wäre, hätte dies auch überschreiben können. Entweder nach x das Ergebnis oder nach y das Ergebnis. Aber jetzt haben wir es nach z gemacht. Genau, was darf ich nicht vergessen am Ende? Eine Sache fehlt noch, um es einmal schön abzurunden. Genau, ich muss es noch einmal speichern in eine Speicheradresse store wx, damit es dann auch langfristig für mich erhalten bleibt. Oder auch kurzfristig, je nachdem, muss ich dann sehen. Ne, wx, wieso schreibe ich wx? Wz natürlich. In z haben wir das eben gehabt. Also den Wert in z, den schreibe ich an die Speicheradresse w. Und das heißt, wenn ich mir das so angucke, ich habe hier verschiedene Opcodes, load, load, div, store, x, y und z. Das sind jeweils Register mit den entsprechenden Größen, wenn ich das von der Programmgröße betrachte. Und c, b und w sind Speicheradressen, die dann etwas größere Breite an Bits brauchen. Und damit würde ich dann auch hier die Programmgröße ausrechnen können. Okay, damit wären wir dann soweit an der Stelle dann durch. Wie am Anfang schon erwähnt, gibt es natürlich noch viel mehr an Themen, was wir in den Übungsaufgaben durchgemacht haben. Wir haben uns jetzt, sag ich mal, letzte und diese Woche die wirklich klassischen Sachen angeguckt, die auf jeden Fall sitzen sollten. Aber auch das natürlich nur in einer sehr geringen Tiefe. Also insofern, wenn ihr für die Klausur lernt, guckt auch euch eben an, wie waren die Übungsaufgaben. Die waren teilweise auch einen Tick tiefer. In der Klausur kann es halt sein, dass es mal ein bisschen tiefer ist, mal ein bisschen weniger tief, sehr unterschiedlich. Was ich euch nahelegen kann, ist nochmal das Gedächtnisprotokollsystem der Fachschaft. Also mafiasi.de slash gprot. Ich schreibe es nochmal die Sicherheitshalte hier unten hin. Vielleicht auch irgendwo, wo man es lesen kann. So, mafiasi.de slash gprot. Da findet ihr tatsächlich ja auch Beispiele von alten Klausuren, die ihr euch angucken könnt, zumindest was aus dem Gedächtnis danach aufgeschrieben wurde. Und ja, wenn ihr meint, ihr seid so, habt so euer erstes Lernen durch für RSB, dann schnappt euch doch vielleicht mal eine Klausur. Versucht die nach Klausurbedingungen zu bearbeiten und dann wisst ihr noch besser, wie gut ihr dann vielleicht schon vorbereitet seid. Aber denkt dran, dass manchmal ja auch unterschiedliche Themen in den Klausuren sind. Das gilt ja nicht nur für RSB, sondern das gilt eigentlich für alle Klausuren während eures Studiums. Dass es sein kann, dass der Erst- und Zweittermin unterschiedliche Schwerpunkte in den Themen setze. Genau. Ja, dann würde ich sagen, wäre es das soweit von mir. Ich verabschiede mich damit und widme mich dann wieder erstmal anderen Projekten, bis das nächste Wintersemester dann kommt. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können aus den Tutorien. Ich drücke euch die Daumen, dass ihr eine gute Klausur schreibt, dass ihr sie besteht und aber auch die Note hoffentlich schafft, die ihr euch dann auch erwünscht. Und ja, auch wenn man sich sonst nicht sieht, alles Gute weitere für euer Studium und für Glück und einen schönen Abend dann erstmal.